Jesus Christus spricht, seid wahnsinnig, wie auch euer Vater anhärtig ist. Jesus Christus spricht, seid wahnsinnig, wie auch euer Vater anhärtig ist. Sein Vater, wenn ich will, wie auch euer Vater anhärtig ist. Sein Vater, wenn ich will, wie auch euer Vater anhärtig ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020